Lass doch nicht immer ein, Junge! Nein, komm, ich renne jetzt mal weg, bevor... Die machen vielleicht besser aus der Ferne, aber dafür sind sie zu schnell. Wir können uns nicht schnell genug umdrehen und denen irgendeinen Pfeil ins Gesicht hauen, das packen wir nicht. So, jetzt geht's grad. Gut, ah, jetzt sind wir wieder gelähmt, verdammt. Aber gleich haben wir sie. Jetzt, einer ist ja nie ein Problem. Einer war noch nie ein Problem und wird wahrscheinlich auch nie ein Problem werden. Halt, das will ich gar nicht. Aber ist wurscht. Wir haben's. Puh. Alter. Und weiter hinauf, den Olymp, während es grad richtig dunkel wird. Nein, noch mehr. Komm. Unser Jagdruf. Nein, jetzt haben wir wieder eingefroren, verdammt. Ach, komm, ey. Nein! Wie oft denn noch? Wir können nie richtig zuhauen. So, jetzt aber. Die Kleinen sind nicht so das Problem, eher die Großen. Na komm. Ich mache erst mal die Kleinen weg. Weil die gehen eher, die gehen schneller weg. Und dann haben wir gegen den Großen die besseren Chancen. Auch wenn er uns andauernd lebt. Aber der Fall hat's jetzt auch wieder erledigt. Fuck. Alter, wir haben jetzt 120 Tränke in der Zeit versoffen. Ich glaube, ich hängen. Alter, wo sind wir? Wo sind wir? Nein, nicht schon wieder. Äh, ist mir aufgefallen, wie viele Stammen das Älteste die haben? Wir machen hier grad allein fünf Stammen das Älteste im Notaurin platt. Na, komm. Toll. Äh, rrrr, rrrr, rrrr. Zack. Und noch weiter, Alter. Was ist das hier für eine Riesen-Olymp? Nein! Ach, das ist ein Zyklophen? Was? Willst du mich verkacken? Wow! Hör! Nein! Falsche Taste. Weg! 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 Alter! Was geht denn schief mit euch? Jungs! Wir haben es mal mit einem aufgenommen, aber mit zehn? Ah, die sind laut, ey. Die sind laut. Scheiße. Ne, fuck, ich muss weg. Das geht so nicht. Aber ewig weglaufen geht natürlich auch nicht. Ja! Jetzt haben wir sie genau an der, an der, an der, an der, an der Aggro-Grenze. Siehst du, einer hat schon komplett abgelassen. Einer ist schon tot. Der eine ist jetzt hier zur Hälfte tot. Okay, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin, wir kriegen es gebacken. Er ist hinüber und du bist jetzt auch kein Problem mehr. Yes! Alter, yes! Und pass mal auf, bevor hier noch Scheiße passiert, reisen wir glatt mal nochmal zurück mit dem Portal. Ich hoffe, das klappt hier. Ja, wir könnten sogar Olymp, Tatsache, das ist ein eigenes Gebiet, wir könnten nach Ägypten mitreisen, sonst wohin. Aber ich will nach Chang'an eigentlich. Alter. Wie es halt abgeht. Ach, Hallöchen, ich komme gerade vom Olymp. Ich habe gerade ein Talcine besiegt und muss das Typhon, einen Titanen besiegen. Wie könnte man nur einen Stab wie diesen ignorieren? Und hast du schon die Handwerkskunst an diesem Armband gesehen? Und kannst du mal das Maul halten? Ich verkaufe jetzt hier mal Zeug, keine Ahnung, nur damit wir mehr Platz für, für, du weißt schon was haben. Boah, das wird noch eine dicke Aufgabe. Ich glaube, das wird richtig scheiße. Und du kannst es zwar gerade nicht sehen, aber ich nicke gerade zustimmend mit dem Kopf. Boah, nervt es mich ja auch schon, das mit dem Tränke kaufen? Also mich nervt es schon. Zum Glück ist das Inventar bald voll. Und mein Finger fällt auch schon ab, Alter. Noch mehr, Alter. Noch mehr kannst du nicht halten. 240 Tränke, ich hoffe, die reichen bis zum Schluss. Tschüss dann. Tschüss dann. Und zurück zum Olymp. Alter, wie krass das ist. Ich bin gerade ordentlich geflasht. Das muss ich einfach mal zugeben. So, Jungs und Mädels. Weiter geht's. Ah, hier ist noch ein Zyklob natürlich. Fuck. Alter, schmier mal Butter um deine Wutrosette. Shit, ey. Kacken. Mach jetzt nicht wieder... Räh, bitte. Ich kann's nicht ab. Jawohl. Puh. Okay, und hier? Hier waren sie vorher, jetzt sind sie weg. Da ist noch mit einer. Nein, lass mich. Pass mal auf, hier. Äh, Jagdruf und ab geht die Lottie. Zack, 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 zack. Siehst du, so geht ab, die Zyklob. Oh, nee. Nein. Boah. Puh, 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 so. Pass mal auf, bevor wir da lang gehen, was das hier, die Tür ist, nicht zum Öffnen, alles klar. Eigentlich bunt ist und das ist auf der Karte da. Fuck, ey, ist das der, ist das der Titan, der Typ, von der hier so am Rumquillen ist. Ich hoffe es ja mal nicht. Scheiße. Wir sollten jetzt schleunigst besiegen und jetzt wegrennen, rennen, rennen, rennen. Okay, gut, jetzt haben wir es. Jetzt ist der Typ hier kein Problem mehr, hoffe ich doch mal. Genau, sieh mal einer an, wir haben es. Puh. Also hier wohnen also die Götter, auf dem Gipfel des Olymp. So ist das also. Stattlich, stattlich, ja. Fuck, fuck, was, was? Typhon. Ha! Schrein der Meisterschaft. Den werden wir, glaube ich, auch brauchen. Alter, scheiße, nein. Was? Jetzt hat der auch so einen Move drauf, oder wie? Fuck it. Energieschrein. Was? Was? Was bist du? Regenerationsschrein. Was? Brauche ich dich überhaupt? Kacke. Aaaaaaah. Komm ein bisschen draufkloppen. Nee, das bringt nichts. Tot. Einfach so. What? Und jetzt sind wir wieder hier unten. Nein. I need a medic bag. Sind wir wirklich so schlecht aufgestellt? Ach komm, ich hoffe mal nicht. Ich will hier nicht noch irgendwie tausend Folgen einfach nur mit Leveln verbringen, nur damit wir den Oschi hier oben besiegen können. Nee, komm, das kriegen wir schon hin. Jetzt ist es halt ätzend, dass wir immer laufen müssen. Immer laufen. Das ist doof. Aber fuck, wie sollen wir den denn hinkriegen, wenn der auch so ein absolut overpowerter Spaß hier ist. Gibt es da sonst noch ein paar Wegelchen? Nee, ich glaube nicht. Nee. Verdammt, Alter, der Typ, der hat eine ordentliche Wut, glaube ich. Weiß noch nicht, warum er auf mich so wütend ist, aber der kann ja auf seine Götterkollegen wütend sein, solange er will, aber da braucht er mich ja nicht mit reinziehen, oder? Was meinst du? Gott bewahre, also wirklich mal. Oh Gott, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt sind die ganzen Schreine natürlich nochmal da, oder? Was haben wir hier? Schreine Dornen, wow. Wow. Kampf mal hier, die ist wichtig. Und jetzt den hier, Jagdruf, das machen wir 700 Damage, aber das bringt natürlich gar nicht, schau mal, wir sind jetzt schon fast tot, ich komme gar nicht zum Kämpfen, weil ich nur am Sterben bin, guck dir das mal an, ich kann nicht wegrennen, fuck. Warte mal, ist das Ziel hier irgendwo durchzulaufen? Kommen wir hier irgendwo durch? Müssen wir hier einfach nur weiterlaufen? Nee, da kommen wir nicht hoch. Scheiße. Wir sind hier getrafft. Frostschreien, toll. Bringt mir viel. Wow. Meine Pfeile richten natürlich sehr viel aus. Alter, er entzieht mir alle Energie, die ich habe. Fuck it. Nein, 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 er entzieht mir meine Gesundheit. Fuck. Und wieso bringe ich keinen Trank jetzt? Scheiße, ich komme gar nicht an den Himmel, ich traue mich nicht an den Typen ran. Boah. Scheiße, weg, 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 weg. Das ist uncool. Absolut uncool. Scheiße. Ja, ich glaube, Hit and Run ist das Einzige, was wir hier ausrichten können. Oh weh. Ja, sorry Leute, ich glaube, das wird ein bisschen unspannend. Ich werde hier einfach die ganze Zeit flitzen müssen. Scheiße. Jetzt entzieht er mir die ganze Energie, gerade wenn ich im Trank schlürfe. Scheiße, weg, 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 weg. Nein, fuck, wir können... Alter, es ist so uncool. Es ist so dezent uncool. Ah, shit. Ah, Mixer. Ist die Kampfmarkierung wieder da? Ne, die ganzen Schreien sind futsch. Wow, fuck it. Aber einfach mal drauf und es bringt halt auch so gut wie nichts. Das juckt den überhaupt nicht, den Kerle. Und ich klopfe hier die ganze Zeit einfach nur auf die Neuen, falls es auffällt. Schatten. Das ist... This is not your serious. Wir sind nicht stark genug. Mal überlegen, was können wir tun? Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Habe ich so schlecht gespielt die ganze Zeit oder was? Schaden pro Sekunde, das ist lächerlich. Jetzt aktivieren wir den Shit mal. Dann wird es ein bisschen besser. Was können wir tun? Den Schaden hochleveln? Wir haben doch vorhin irgendwas gemacht, was den Schaden niedergebracht hat. Ah, die Rüstung war es. Haben wir die verkauft? Das ist nicht dein Ernst. Wir haben nicht unsere Rüstung jetzt gerade verkauft. Die einzige, die wir überhaupt gebraucht hätten. Ne, das hilft nichts. Der Helm stärkt die Intelligenz und so ein Blar. Das hilft auch nichts. Haben wir verkackt? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Wenn ich jetzt wieder hochgehe, hat der Typ dann wieder volle Gesundheit oder nicht? Weil davon mache ich abhängig, ob ich jetzt ein Päuslein mache oder nicht. Oh, fuck, ey. Sag nicht, wir haben uns jetzt irgendwie zu wenig gelevelt oder so. Weil da müsste ich vielleicht, keine Ahnung, noch mal ein Stündchen spielen, noch mal zwei Level-Ups herbeiführen, aber ob es das dann rausreißt, keine Ahnung. Oder ich lese mich mal im Titan-Quest-Forum schlau, was eine gute Taktik gegen den Ollen ist. Jetzt pass mal auf, wenn der jetzt seine Energie wieder hat, dann haben wir natürlich sofort verloren. Dann kann ich jetzt in meine wahrscheinlich wohlverdiente Pause gehen und alles ist gut. Wenn er schon verloren hat, dann kämpfen wir weiter. Das ist klar. Pass mal auf. Ne, er hat wieder volle Energie. Ich glaube, ich spinne. Er entzieht uns alles, was wir haben. Super, die Steine und wir sind tot. Fuck! Ey, fucken noch mal. Leute, ich werde mich schlau lesen. Ich sage bis hierhin schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Bisweilen. und steht es bitte mit mir durch. Bitte, bitte, bitte. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir schaffen das nächste Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.